Mal kurz nach Europa. Mal kurz nach Europa, ich freue mich drauf. Einfach hierbleiben, ein paar Jobs, mal kurz nach Europa, zum Geld holen. So soll es sein, Bruder. Die Taschen kann man nur so vollstopfen, wie sie groß sind. Nur leere Taschen sind immer alle gleich. Mal kurz nach Europa, das alte Land, Ritterbogen und Moorleichen und verrostete Waffen, die ungewaschene schwarze Post. Ich freue mich drauf. Mal kurz nach Europa, da sind die Städte nur halb so groß, mit einem Zintel der Bevölkerung. Der Rest sind Grünanlagen, Ministerien und Autobahnen. Ich freue mich drauf. Einfach hierbleiben, eine Bude am Rande einer Bude, meine Bude, irgendein Scheiß, was ihr wollt. Rimbaud hat Waffen verkauft. Die Liste ist endlos. Einfach hierbleiben. Sucht einen eingebrochenen Wald, von einer eingebrochenen Insel, weit draußen. Und mach hier viele Kinder, das kannst du doch. Einfach hierbleiben. Ich werde Schnapsbrenner, mache Bier auch vorbei. Und trinke selbst roten Wein und bräuche das Brot jeden Tag. Gott sei Dank. Einfach hierbleiben. Wenn das so leicht wäre. Ganz allein zu Hause in der Fremde. Ist das der Grund für die Fortpflanzung? Die Alien-Revolution oder die Schöpfung? In Kindergesichter zu starren, die sagen, Papa, Mama, Papa, La, Papp, Augenaufschlag? Wenn das so leicht wäre. Zwischen den Häusern der Völker Asien und Europa. Geraten in die Drift zwischen den Kontinenten Amerika und Afrika. Meine Füße sind hier. Und mein Kopf ist dort. Und mein Befinden ist ausgeleiert. Mal kurz nach Europa, kurz nach Amerika. Was ihr wollt. Doch was will ich? Wie ein Reflex. Eine irgendwo anders gezupften Seite. Meine Seele. Ich bin der neue Mensch. Kospopolitisch. Irgendwo zu Hause wie ein x-beliebiger Emigrant. Ich bin der einzig wahre Wirtschaftsflüchtling. Denn ich kann es mir leisten. Dank der pädagogischen Experimente der 70er. Haber für eine. So habe ich die Wissenschaft kennengelernt. Es gibt keine Lösung. Keine Gerechtigkeit. Geheimnis. Erst nach dem Tode sind wir alle gleich. Aber auch das ist letztendlich eine Frage der Einstellung. Denk mal darüber nach. Wenn du Zeit hast. Und du es dir leisten kannst. Es gibt kein Geheimnis. 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 Untertitelung des ZDF, 2020